Das war schon immer mein miesiger Traum. Ich dachte eigentlich, er schneidet das raus. Und seitdem ist das irgendwie ins Rollen gekommen, dass manche Leute denken, er heißt Felix. Also er heißt nicht Felix. Der liebe Evanio hat die teuerste Pizza Deutschlands gegessen. Wir sehen auf dem Thumbnail 999 Dollar, nicht Euro. Bin mal gespannt, mal schauen, was uns da artet. Ich denke mal, er rasiert komplett, weil wenn er sowas schreibt, er isst dann auch wirklich die teuerste Pizza. Das finde ich sehr geil, wisst ihr Bescheid. Und 1000 Euro einfach mal so für so ein Video ausgeben. Stabil. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem... Oder was hat der denn da für einen Filter drüber gelegt, Digi? Der schaut ja aus wie, als hättest du Schärfe auf 1000 gedreht. Neuem Video von eurem dämonischen Schwein. Aber es ist ein unfassbar spezielles, besonderes Video. Vor mir abanfangen, könnte ich bitte, Moment, ein paar Fotos von deinen Füßen machen? Moment, lass mal kurz... Hören Sie auf, meine Füße zu fotografieren. Ja, okay, tut mir leid, Mann, ich brauche Hilfe. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland haben sich aus Versehen mal 24 Stunden vegan ernährt. Jetzt habe ich euch vorausgebracht, Moment, epische Musik? Heute, Leute, werden wir nach langer Zeit mal wieder ein unfassbar teures Gericht essen, das meine Brieftasche wirklich zum Brennen bringen wird. Wie ist das, die Wofel? Es wird lecker, schmecker. Was für Spaß denn lecker? Und es wird einfach nur asozial teuer, weil es geht heute um die teuerste Pizza Deutschlands. Und Leute, das ist wirklich der absolute... Jedes Mal, egal was für ein Video ich mal anschaue, ich schaue, ich fühle das so sehr, ich liebe das so sehr. Du schaust das Video an, irgendwo sind in irgendeiner Ecke von dem Video immer irgendwelche Soundeffekte, die um die Ecken geschallert kommen. Es passiert die ganze Zeit was. Die Videos sind nie so, dass es einfach nur langweilig ist und nichts passiert, sondern die ganze Zeit bam, 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 du wirst als Zuschauer immer unterhalten. Ihr seht wahrscheinlich schon im Titel 999 Euro. Das nennt man ein gutes Wochenende. Ich weiß nicht, wie ich das finanzieren soll, aber der Bausparvertrag wurde schon angenommen. Weil, Dick, ab 999 Euro für eine Pizza ist absolut grenzwertig wie sonst was. Das kann doch nichts werden, Alter. Für 1000 Euro eine Pizza, was soll die denn können, Alter? Aber ich gebe es gerne aus. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine Pizza, wo einfach nur Blattgold drüber ist. Mit den Videos, gell, will ich ja auch wieder reininvestieren. Nicht nur mein Po oder mein Luxus. Der Große da und den da drüben nehme ich auch. Aber natürlich auch in die Videos, ne? Und trotzdem für 1000 Euro eine Pizza. Die Erwartungshaltung ist hier wirklich hier an der Decke. 1000 Euro. Mutter Maria, was ist denn alles da drauf? Die teuerste Pizza Deutschlands ist ein Zuckerschlecken für ihre Seele. Unsere Pizza bei Henrys wird ihren Gaumen stimul... Bruder, das ist einfach der Pizzabäcker aus Wien. Da sie ein Wunderfest von Geschmäckern erwarten wird. Auf unserer Pizza erwartet sie Hummer. Der längere Zeit in Butter eingelegt worden ist und so noch saftiger auf ihrem Mund zergeht. Natürlich wartet auch Kaviar auf sie. Und nicht irgendeiner, sondern der Belgoire-Kaviar. Ich weiß nicht, was für ein Kaviar er meint, aber ich würde mal alles darauf tippen, dass es Belgoire-Kaviar nicht gibt. Er meint wahrscheinlich Beluga-Kaviar, oder? Beluga-Kaviar, ja. Das ist so eine Delikatesse. Die aus der teuren Schweiz extra eingeflogen. Und um das Spektakel noch erinnerungswürdiger zu machen, wird es gefolgt von Sommertrüffel. Aus den Bergminen, wo ApoRed seit seiner Bekanntgabe seine Insolvenz arbeitet. Um die Trüffel frisch auf ihre Pizza zu machen. Und natürlich darf ein langen Guss-Spanse, der hoch, zart, saftig und cremig auf ihrer Pizza landet, niemals vergessen werden. Zum guten Abschluss, um alles nochmal abzurunden, legen wir noch eine Ananas drauf. Weil Menschen, die Pizza mit Ananas essen, völlig verwirrt sind. Magst du eine Pizza Ananas? Nee. Aber warte. Ich glaube schon. Was ich aber sehr... Was? Nee. Warte, ich glaube schon. Pizza finde ist, es ist nicht irgendwie mit Gold gestreckt. Irgendwie so, die hauen Gold drauf und dann ist Pizza noch teurer wegen dem Gold. Die teuerste Pizza der Welt zum Beispiel, die gibt es in New York und die kostet 2000 Euro. Oder Dollar in dem Sinne. Und da soll angeblich 24 Karat Gold drauf sein. Das ist halt wirklich die teuerste, teuerste Pizza. Und ich sage euch mal ein Angebot, Leute. Angebot, Hände schütteln. Machen wir so, okay? Einiges Video kriegt von euch wirklich 30.000 Likes. Ich weiß, hier einigen von euch mögen das Like, bitte bitte nicht. Komm, wir machen die das hier, was? Ich finde das geil. Also ich finde das for real, ich finde das nice. Dieses, äh, ey, wenn so und so viele Likes da sind, dann mache ich das und das. Weil das ist ja auch krass, wenn er jetzt 2500 Euro ausgibt für eine Pizza, dann will er auch wissen, dass sich das halt for real lohnt. Und als Gegenleistung dafür, dass er so viel Geld ausgibt für ein Video, ist es ja nicht zu viel verlangt, dass man einfach einen Daumen da lässt. Das kostet euch ja nicht. Schau mal, wir haben schon 30.000 Daumen. Er macht das Ganze. Das pusht die Videos enorm. Also, Daumen nach oben, habe ich das Gefühl, weil, dass das beim Algorithmus richtig viel bringt. Also, auf meinen Videos immer einen Daumen da lassen. Das heißt, ihr haut 30.000 Likes aufs Video und dafür kriegt ihr dann, hoffentlich auch im Laufe des Jahres, ein Video aus Amerika, wie ich diese Pizza für 2000 Euro, also die teuerste Pizza der Welt, für euch dann esse. Das ist ein absolutes Verlustgeschäft für mich, den will ich mir doch eingeben, weil ich höre euch auch die besten Videos liefern, die möglich sind. Können wir die Hände schütteln? Warte, Moment mal, wasche jetzt mal deine Hände. Okay, jetzt schütteln wir mal, ne? Jetzt schütteln wir auch unseren Schwach. Ich habe schon mit dem Besitzer telefoniert. Das war der Wahnsinn, Leute. Ich dachte wirklich, vielleicht werde ich da gescannt. Das ist so, wir, ähm, es muss da immer eine Anzahlung geleistet werden. Mhm. Ich wollte jetzt eine Anzahlung von 500 Euro haben, was schon verständlich ist, weil die müssen ja wissen, ob ich jetzt wirklich komme oder ob ich scheiße labere. Ich habe 500 Euro überwiesen. Ich hoffe, der Typ holt mich jetzt nicht hoch, weil er sich das überweise und er kann das Geld nehmen und sich nie wieder melden, weil ich kenne diesen Mann ja nicht. Oh Gott, bitte zieh mich nicht ab. Und er hat mich leider abgezogen. Deshalb war es das jetzt mit dem Video. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kurz, geiles Video. Hat mir auf jeden Fall getaugt. Schade, dass es nicht geklappt hat. Am nächsten Mal sehen wir uns wieder, Leute. Bis dahin. Over and out. Tschau. Zum Glück nicht. Also es kann ja noch passieren, dass ich hochgenommen werde. Allerdings die Einzahlung ging bei ihm ein. Oder meinte, ey, komm vorbei. Wir machen die Pizze. Aber gibt's die Pizze überhaupt? Dafür müssen wir ganz einfach nach. Guckst. Auf Sudoverbot. In Wirklichkeit gehen wir hoch, 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 hoch. Oh, hier ist Sylt. Wow, ich dachte, das ist hier oben oder so. Ach, Sylt, ihr Schweine. Hier geht's hin. Das wird teuer, Digga. Ich war schon öfter auf Sylt. Ich glaube, ich war jetzt schon zweimal da. Ich war in der vierten Klasse da. Und ich habe hier sogar noch ein Bild. Also guckt euch mal diesen Checker an. Ja, ja, hallo. Sorry, Ladies. Der ist vergeben. Ja, ich weiß, es ist hart. Aber sorry. Auch eine richtig geile Klassenreise, muss ich sagen. Allgemein, bis ich aus in der Schulzeit wirklich geliebt habe. Klassenreisen. Ey, dafür lebt man doch. So eine geile Klassenreise. Ich hatte sogar eine Freundin. Das ist gelogen, glaube ich. Die beste Klassenreise für mich, Skilager. Hat das eigentlich jeder oder haben das nur die Leute in Bayern? Aber Skilager war das Schönste und Geilste, was es gab. Da habe ich mich ewig drauf gefreut. Siebte, achte Klasse irgendwie sowas war das. Nur eine von beiden, nicht zweimal. Das war das Schönste. Und ja, das war das absolute Highlight. Eine Woche keine Schule. Und dafür konnte man nur Schmarrn machen mit seinen besten Freunden. Einfach was Schönes. Aber im Nachhinein betrachtet jetzt, wenn man fast erwachsen ist, merkt man das eigentlich, wie hart das für manche ja finanziell ist. Das kostet ja immer wieder 200, 300 Euro oder 400 Euro. Und das kann halt echt einfach mal jeder so easy stemmen. Deswegen hoffe ich, dass man da als hilfsbedürftige Familie die finanzielle Unterstützung bekommt. Weil es ist sonst asozial, wenn man nicht mitfahren kann. Ich habe mich auch nie mit ihr geküsst. Meine ich zu ihr so, ja, er hat eine Wette verloren. Wir müssen uns jetzt küssen. Ich kann ja auch ein bisschen. Ah, warte mal. Nee, noch geiler. In der Oberstufe waren wir dann einmal in Spanien, in Malaga. Da haben wir irgendwie so eine Reise gemacht dahin. Jeder konnte man sich aussuchen, wo man hinreist. Ich weiß nicht genau, was davon eigentlich der Sinn war. Und da haben wir uns auch gut einen reingestellt und schön einen reingesoffen. Dann sind wir noch ins Casino gegangen. Ehre. Kuss ging raus an meine Lehrer. Schnell, du sagst an meine Freundin. Ja, also, die haben eine Wette verloren, aber wir müssen erst küssen. Och Gott, die haben wir so ein kleines Piss gehen. Aber ich habe mich alleine geküsst. War Sylt als Kick jetzt, sag ich mal, nicht so teuer in meinen Gedanken. Aber in echt, jetzt wo ich selber da war und eigenes Geld verdiene, durch euch Schweine, habe ich gemerkt. Mutter Maria, ich habe, glaube ich, für ein Hotel einen Tag. Das war sogar wirklich ein schäbiges Hotel. Nicht mal mitten in Sylt, sondern ein bisschen außerhalb. Wie habe ich gezahlt? Ich glaube, noch 100 oder so oder mehr. Das war schon wirklich teuer für ein, zwei Tage. Klar, es war schön und so. Digga. Warum ist Sylt so ein überteuerte Scheiße? Ich weiß, da sind das Immobilien und da sind überall reiche Menschen. Und was weiß ich, Boris Becker, sogar Jürgen Klopp angeblich hat da so ein richtig geiles Haus und so. Also die Preise da, das ist so bescheuert. Ist, was Deutschland am besten beschreibt, wusstet ihr, wenn du Muscheln sammeln möchtest, auf Sylt oder Ausland, zum Beispiel diese Scheiße, als saufen und trinken, dann brauchst du dafür einen Angelschein. Das heißt, wenn ich jetzt Muscheln da nehmen würde, die am Strandteil kommen, und trinken würde, wäre das illegal. Ey, es ist so Deutschland. Ah, 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 Freundchen, auch hier. 100 Prozent. Hier nicht vom Becken ranspringen. Und wo ihr das Video gerade seht, nicht schon auf Madeira, ihr Schweine. Ivano, gib den Leuten mal ein Madeira-Update, falls du nicht abgestürzt bist auf dem Licht. Ich habe glücklicherweise überlebt, ihr Schweine, bin auf Madeira gelandet. Der Ausblick ist immer noch zuckers. Boah, geil. Da kommen die Flashbacks. Da, das muss man wirklich einmal sagen. Das Meer vor der Tür. Das ist ein cooler Luxus, ey. Dafür danke ich euch wirklich. Boah, es geht ab. Ich bin plötzlich wieder auf Madeira. Vielleicht haben es einigen mitbekommen, ich bin letztes Jahr ausgewandert. War eine Zeit lang jetzt in Deutschland, um einen Führerschein zu machen, um Steuern nachzuzahlen, einfach viel zu klären. Bin ich zurück auf Madeira und die Wohnung zeige ich mir aus der Perspektive. Wenn man reinkommt, ist es immer auch dieselbe Wohnung in einer unfassbar leckeren Küche. Einem unglaublich ge... Die Wohnung ist so brutal. Ein Wohnzimmer, Banan, die endlich wieder diese Schnecke wieder sehen. Dann am Ende das ganze Setup. Also im Livestream siehst du auch das Meer und sowas. Boah, mega mega gut aufgebaut. Der Staubzucker. Dieser Fernseher ist wirklich viel zu groß für so ein Deckelschwass. Es ist halt wirklich eine viel, viel zu große Wohnung. Da hinten geht es ja noch weiter. Mal gucken, wie lange wir noch in dieser Wohnung bleiben. Ich kriege natürlich immer Updates aus meinem Leben. Nein, bitte nicht die Wohnung verlassen, die ist so nice. Wie es läuft. Aber grundsätzlich muss ich sagen, Leute, ich fühle mich wirklich gut. Nicht so unter Druck gesetzt. Letztes Mal, als ich auf Madeira war oder hergekommen bin, hatte ich ja dieses Ding. Ja, du musst auswandern, du musst jetzt irgendwie bam, bam. Aber nee, Digga, was muss? Irgendwie fühle ich mich gerade echt nice. Ich habe richtig Bock auf die Zukunft. Ich habe Bock, euch neue Videos zu liefern. Nicht nur aus Deutschland noch. Und hier auch aufs Madeira. Ich habe wirklich geile Ideen. Ich freue mich auf Unge. Die habe ich auch nicht mehr gesehen. Habt ihr Bock, ein bisschen mehr noch hinter die Kulissen zu sehen? Wie es ist auszuwandern, wie es ist ein Leben, woanders zu führen, wo man Deutsch spricht. Ihr wisst doch ganz genau... Lass mich, lass mich. Zum perfekten Vergleich, wir haben hier eine 2-Euro-Pizza von Restauranttel, die war am Angebot. Und wir haben eine 5-Euro-Pizza von Gustavo Gusto mit einer versteckten Nachricht. Dreh dich um. Okay. Alter, das ist doch bezahl ich, gell? Das ist die 2-Euro-Pizza von Restauranttel. Das ist nicht dein Ernst, oder? Dass wir das überhaupt noch als Pizza bezeichnen, Alter. Da ist einfach nur irgendein Thunfischhack aus irgendeinem Fischmehl wahrscheinlich drauf, was nichts mehr mit Fleisch zu tun hat. Boah. Ganz ehrlich sagen, ich habe die immer unglaublich geliebt. Schon damals als Kind habe ich die sowas schon abgefeiert. Thunfisch-Pizza ist auch mit meine Lieblingspizza. Dann rechts allerdings mit 4 verschiedenen Käsesorten, die 5... Schaut aber auch, muss sagen, Gustavo Gusto... Was den Belag und das Optische angeht, ist halt so richtig Instagram-versus-Reality-Ding. Euro-Pizza. Soll man vergleichen, ne? Also Gustavo, wie groß ist denn diese Pizza? Also Gustavo Gusto allgemein ist eine sehr, sehr krasse Tiefkühlpizza. Die kommt bei uns ja aus der Gegend. Und die sieht so lecker aus. Ich bin auch eigentlich schon leicht zu krimzustellen. Boah, die Pizza, na... Boah, fantastisch. Ich habe schon ein bisschen die Teilen gegessen. Natürlich sind die krasser und so. Wenn mir eine 2-Euro-Pizza schon schmeckt, bin ich mal gespannt, ob die 999-Euro-Pizza mir besser schmeckt. Ich könnte mir sogar kurz vorstellen, weil ich so ein fetter Pett... Imagine, du zahlst für eine Pizza das 500-fache und die schmeckt dir nicht besser. Wenn mir sogar diese Pizza besser schmecken wird, 2 Euro, ultra geil. Aber leider, ich weiß, das wollt ihr alle wissen, ist eine Pizza mit Mayo. Leider ist es so lecker, als ich mir das vorstelle. Schade. Nicht so knusprig wie die andere. Riecht so Käse, ja. Käsius, es reicht. Beuge mich eurem Willen. Ihr wollt unbedingt, dass ich mein Besteck esse. Ihr wollt unbedingt, dass ich manieren habe. Okay, okay, kriege ich. Ich esse meine Pizza jetzt mit einem Löffel. Ne, wir wollen uns das Pizzastück raus. Ich hoffe, die Kommentare hören jetzt endlich auf. Ihr habt ihr doch euer Besteck endlich mal. Mh. Oh, ich weiß nicht, dass ich ohne Besteck. Das geht immer kaputt bei mir. So langt es euch an. Obwohl die Pizza teurer ist, finde ich die 2-Euro-Pizza besser als 5-Euro-Pizza. Da habe ich richtig Angst, Leute, dass es bei der 1-Euro-Pizza genauso sein wird. Lassen Sie mich jetzt überraschen. Auf geht's, nach Sylt. Und ich fahre mit der Bahn heute nach Sylt. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Sonst bin ich immer outfahren, die Schweine. Aber das 9-Euro-Ticket war einfach unschlagbar. Deswegen es wird schon... Okay. 9-Euro-Ticket hier, 9-Euro-Ticket da. 9-Euro-Ticket in deiner Mutter. 9-Euro-Ticket nach Sylt. Wie läuft das mit dem 9-Euro-Ticket? Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Kann man jetzt für 9 Euro auch in der Innenstadt fahren? Nicht, ne? Das ist nur für Regionalzüge, glaube ich. Und ICE, glaube ich, nicht. Nur für Regionalzüge ist das doch irgendwie so. Und für so diese Züge, die so... weder noch sind. So irgendwo in between. Kannst alles fahren außer ICE. Also auch in der Stadt? Bus und Bahn in ICE nicht. Ja, in der Stadt auch? Oha! Oha! Ja gut, dann wird ab sofort öffentlich gefahren. Safe! Busse geht auch. Okay, das ist krass. Also ich bin eigentlich so... Weil ich auch außerhalb wohne, ein bisschen von öffentlichen Verkehrsmanagement weg. Aber für 9 Euro? Ja, das ist geil. Okay, krasser Scheiß. Ich dachte nur für Regionalbahn. Ja, dann wird öffentlich fahren wieder attraktiv. Da spart man ja dann Dickkohle. Grund nicht so nervig, oder? Ach, schön, zwei Plätze frei. Können anein amunachoyern. Deine Mutter hört Hassbefehl. Und du mal hoch im Sohn. Amunachoyern. Schatz! Baby Rückbank Session. Halt die Blätter! Wie finde ich hier gelandet? Oh, da sind Pferde und Kühe. Die landen gleich auf meiner Pizza. Erst noch Toilette. Aber es ist nur eine Stunde. Wenn wir einfach... So in Sylt, die waren ein bisschen aufgeregt. Die waren einfach die größte Pizza dabei. Ich frage mich, wie es schmecken würde. Weil es ist bitte so eine Meeresfisch, die Pizza. Ich meine eigentlich schlicht, aber auch nicht so krass. Gut ist es geil, ja. So Kaviar, also Fischeier. Ist halt übel nördlich. Und nördlich gibt es halt ziemlich auch diese Fischsachen. Viele denken ja auch in Hamburg, ist alles voller Fischverhalt. Ahn-Toilette. Ey, du Fertzak auf Toilette. Raus da, hör auf, die Toilette hier zuerst. Ja, okay, ich gehe an, Leute. In Sylt, Leute, ist hier gerade die Ebbe. Hier sieht man das so richtig, Alter, mit der Ebbe und Fluchmann. Weil jetzt zum Beispiel das Wasser sich gerade zurückgezogen hat und bald zurückkommt. Deshalb nennt man das auch das Vorhautmeer. Und ich bin in Sylt gelandet. Wahrscheinlich nennt man es deswegen das Vorhautmeer. Die Sonne strahlt wie sonst was, aber es ist super windig hier auf der Insel. Ist ja klar, es ist eine Insel, ne? Auf Madeira ist ja genauso ähnlich, dass von jeder Seite so Winde und sowas kommt. Man sagt ja so, ah, Bonsen, Insel und hier und so. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Aber dass es so ist, also ich war ja hier vor zwei, drei Monaten, da war es auch schon doll. Da habe ich halt geachtet. Also ich muss sagen, in Sylt sieht man wirklich schon geil aus. Also das ist schon nicht so ein Vorurteil, dass wirklich die Leute hier auch viel Geld haben. Geht schon preisig hier mega ab. Ich habe mir zum Beispiel auch ein Fischbrötchen jetzt geholt. Ja, sorry, Leute, ich wurde schwach. Ich wurde, ich wurde gesylt. Dann habe ich einfach vier Euro für so ein mini kleines Fischbrötchen bezahlt. Jetzt allerdings, Leute, wir machen uns auf. Wir gehen heute zu Henry's. Was geht's bei Henry's? Die teuerste Pizza Afrikas für 999 Euro und keinen Cent Trinkgeld. Nein, vielleicht, ach, keine Ahnung, mal gucken, ob ich Trinkgeld gebe, aber 999 Euro ist schon echt verdammt hart, Mann. Ich fahre jetzt auch mit dem Bus. Ja, natürlich, Leute, Taxi, sowas gibt es hier nicht mehr. Die Zeiten sind wirklich vorbei, weil Taxi auf dem Aus Süd ist auch nett. Das würde ich euch niemals empfehlen, so teuer. Ich starte mit 4,50 hier als Taxfahrer. Das tut einfach in der Seele weh, das Portemonnaie. Das machen die München auch. Schon nur du für dieses Video hier. Bei Henry's, Leute, können wir sogar Aufnahmen machen, wie die Pizza gemacht wird. Und dann wird sie endlich verspeist. Ich bin so gespannt, wie es schmecken wird. Glauben Sie, ich bin verrückt? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Abendessens in einem edlen Fischrestaurant im Silicon Valley. Das ist also Henry's. Hier gibt es die teuerste Pizza Deutschlands. Sieht ganz hübsch aus mit so Moos drauf. Das ist wirklich richtig Sylt für mich. Also, Leute, ich bin jetzt in Henry's gelandet, hier hinten drin. Der Besitzer ist sehr, sehr korrekt. Allerdings muss ich jetzt leider hier im Restaurant essen. Und bei sowas bin ich mal so ein bisschen pingelig. Weil ich stelle dir vor, es schmeckt mir nicht, ne? Und dann muss ich hier im Restaurant rumschreien. Das schmeckt nicht. Das ist ja auch scheiße. So kann ich... Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich meistens nicht in den Restaurants esse. Erstens wegen Licht. Zweitens wegen Lärm. Und drittens, weil ich gern auch einfach straight sagen möchte, ey, das schmeckt richtig scheiße. Und nicht dann irgendwie so einen Restaurantchef hinter meinem Rücken stehen haben, der, ja, dem ich da quasi, mit dem ich danach direkt eine Diskussion habe. Das wäre auch traurig, wenn man für 1000 Euro die Teiglinge nicht selber macht. Dann haben wir hier unsere zwei Pizzaöfen, einen Ofenpizza, arbeiten wir uns dann nur mit Originalpizza, Mozzarella. Hier, die Pizza wird oval gemacht. Vorderen Teil machen wir mit einer Trüffelcreme, das andere mit einer Tomatencreme. Ah, okay. Dann musst du ja Hummer kannst du nicht mitbacken. Hier, das ist jetzt dann alles mit Nussbutter beträufelt. Dann musst du ja unser Hummer. Hier haben wir den Original-Bardy-Clack. Ist das ja dieser, äh, Kaviar aus der Schnauhe? Ja. Das hier, das würde ja schon passen, weil da kostet ja nur das Ding schon 122 Euro. So, Imperial Kaviar, Royal Selection, Beluga. Schon egal, wenn man jetzt, was man hier nimmt, auch wenn man jetzt hier das Erstbeste nimmt, liegt der Preis zwischen 60 Euro ein, so einem kleinen Ding, bis 160 Euro. Das ist Trüffel, ne? Dann haben wir den italienischen schwarzen Trüffel. Wenn man dann oben als Topping dort rüberkommt, dann heißt es nur mehr gut essen und spaßhaft. Also ich schätze mal selber, hast du schon mal gegessen? Ich hab dich schon selber gegessen, ja. Aber klar, ist dein Restaurant. Wie fandest du sie aber? Ne, ne, ist es so, das ist ja auch unsere Generation. Und sag mal, wenn den ganzen einzelnen Elemente à la carte essen würdest, ne? Da kommst du auch auf den Betrag. Sonst rede ich in meinem Video zum extrem viel Leute, aber ich hab mal kurz den Chef, sag ich mal, sprechen lassen. Einmal nur zu gucken, was er sagt, ne? Also die Zutaten an sich hören sich ja unfassbar gut an. Oh mal hier, Laugding da, Kaviar bis zum Gehtnimmer abwinken, Trüffel. Hier und da wird eine Pizza 1000 Euro, wird sein, nein, sehr unwahrscheinlich. Aber trotzdem ist es einfach interessant fürs Video. Ich mach's sehr, sehr gerne für euch. Auch für mich natürlich für mich selber, ne? Ja, hör mal, ich hab irgendwie ein Treffen mit Millionären. Und die sagen so, ich hab hier einen Tesla. Und ich hab hier eine Frau gerumst. Puh, oi, 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 oi. Also wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Cinquette, oder wie sagt man denn dazu? Also wirklich bunt gemischt. Was ist das hier? Burrata und da drauf eine Trüffelpaste oder irgendwas? Oder ist das hier, was ist denn das? Hier der Hummer. Boah, der schaut aber auch saugeil aus. Hier der schöne Trüffel. Mmh, nice, dass du, das ist geil. Dass du nicht ein Ding hast, was alles gleich ist, sondern dass es viele verschiedene Sachen sind. Wirklich, aber das sieht auch echt krass besonders aus, ne? Das ist Trüffel. Das ist Trüffel. Ja, das ist Sommer. Das ist Sommertrüffel. Ich hab mir verstanden. Ach, krass Trüffel auf jeden Fall. Ja. Über diesen Laugen-Ding da, ne? Und hier ist es wirklich normal. Könnte theoretisch, wenn du Bock hast, ne, kannst du... Ach, so ist der Kaviar, ja, klar. Ich will den Kaviar auf die ganze Zeit nachhauen. Also wenn du Bock hast, auch immer Kaviar. Ich will die so Kaviar-Frau, muss ich sagen. Aber dieser Mann hat mir das so gut geredet. Wenn es wirklich spannend ist, was auf mich warten würde. Ich kann, ich weiß nicht, wo ich anfange, das ist ja überall irgendwas, ich kann überall reingreifen, ne? Also alles insgesamt, die Zutaten an sich, 1000 Euro, ne? Also der Kaviar kann an 200 Euro, diese lange, kostet ein Leben. Der spricht mich immer meistens an, ne? Das ist der Anguste, glaube ich, ne? Anguste, ne? Hat er gesagt. Okay, riecht sehr fischig. Mmh, gleich das gedacht. Ich hab mir das jetzt ein bisschen hart. Sein und den Teig. Du hast so einen richtig kleinen, dünnen Rand, sag ich mal, ne? Nichts, das ist nicht so ein Ami-Style, sag ich mal, ein Italiener. Das ist dann Käse und so, ne? Finde ich das nicht so besonders. Das schmeckt in Ordnung, aber Käse ist nicht das Besondere. Ich sag mal, das ist das eher Besondere. Also wenn man hat die Soße und so, finde ich das nicht so weiß, das ist krank. Die glauben, das ist halt schon krass auf einer Pizza auf jeden Fall. Das ist ja kein Hummer. Das fühlt sich an, als ob mein Gesicht, wenn ich was schneiden würde. Alter, das schmeckt schon wirklich krass. Fühlt auch irgendwie nach Qualität, ich nach Geld. Wirklich jeder Pizza kostet mir 50 Euro gerade hier. Ist das Mayo? Ich glaube, das ist Mozzarella. Wer ist das Mayo, Alter? Welche Partei wird dieser Herr wohl wählen? A, die Grünen. Oder B, die FDP. Schwierig, ne? Scheißer Schnösel mit deinem Hemd, ey. Aber ich kann diesen Kaviar nicht ganz einschätzen. Ist das nicht lecker? Aber das ist irgendwie ein sehr krass eigener Geschmack, Mann. Übel lecker. Das ist sehr, sehr lecker. Ich habe hier noch so ein bisschen Kaviar, Leute. Also ich fand es wirklich lecker. Er hat auch gesagt, das war Buffen, Mozzarella. Buffen. Plus noch unten drunter was Saw Creek. Mit Kaviar halt und ich schmecke. Boah, das schmeckt einfach edel. Das ist wirklich super besonderes Geschmack gewesen. Wir essen uns mal weiter durch diese Schönheit hier. Was ich sehr geil finde, ne? Es ist nicht so die typische Tomatensauce, sondern... Ja, so ne... Wer ist das? Pizza Bianca? Ganz andere Sauce da drauf. Die zum Trüffel wahrscheinlich auch nicht passt. Boah, Junge. Du bist ja erschossen, Alter. Also wenn du Trüffel magst, das ist ja der Himmel. Ist auch so geil praktisch hier drunter. Tomatensauce habe ich den anderen nicht gefeiert. Mit der anderen Sauce ist viel, viel besser. Das schmeckt so leicht Knoblauchig, leicht fischig. Aber schmeckt so viel besser. Zur Tomatensauce schon mal. Alter, der Trüffel ist so gut, ja. Ich mag Trüffel nicht mal, Dicker. Ich mag nicht mal Kaviar. Wie kann man Trüffel nicht mögen... Trüffel ist wirklich was Schönes. Schmeckt irgendwie. Digga, du kriegst ja wirklich Qualität für dein Geld. Boah, Junge. Ey, das ist super hilfreich. Boah, der ist gut gerade. Der ist richtig gut. Ein Stück wird so dick weggehauen, ne? So, Leute, das hier so schwärmen, ne? Mein Geld kriege ich ja auch nicht, was? Das ist so... Also wir haben gesagt, es sind fünf verschiedene Dinger. Das heißt, ein Stück, was er gerade isst, kostet 100 Euro, Leute. 100 Euro. Er schiebt sich gerade 100 Euro rein. Dieses hier, ich weiß nicht, was er darauf gemacht hat. Das ist so eine geile Fischcreme oder was auch immer, ey. Ich bin gerade verwirrt, Leute. Ich möchte euch so einen Eindruck geben. Euch sagen, so und so schmeckt das in Sonne. Jedes Pizzastück ist so eine eigene Welt, Digga. Hier war so geil Kaviar drauf. Dann kam geil Trüffel. Dann hier diese der Laugen... So Laugenschwanz und Languste. Wie das auch hieß, Hummer und sowas. Jede Pizza oder jedes Pizzastück fühlt sich gerade wie eine neue Pizza an. Wie eine neue Erfahrung. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ich kann euch gar nicht in Worte fassen, wie das gerade schmeckt. Also ich habe ja heute noch diese zwei Euro Pizza gegessen. Oder diese fünf Euro Pizza. Sorry, die kannst du in die Tonne treten. Also die sind auch lecker gewesen, aber das kann man nicht vergleichen. Das ist gerade ein einmaliges Erlebnis in meinem Leben. Ich halte richtig Meeresfrüchte. Also gerne Garnelen oder irgendwas so in die Richtung. Wir stürzen uns jetzt hier auf den Lachs, bevor es zum Rummer geht. Irgendwas an diesem Lachs. Also richtig krank, besonders sein. Irgendwie eine ganz besondere Art, den herzustellen oder zu fangen. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht natürlich auch wieder so... Ey, also er macht das Video aber auch so, dass man wirklich da sitzt und sich denkt, ey. Wenn ich 1000 Euro hätte, ich würde es da rein investieren. Speziell aus. Wieder so eine eigene Welt, weißt du. Wieder so zwei Pizzastücke, die wieder komplett verschieden sind zu den anderen. Boah, Junge, das ist ein Fisch, den ich in der Hand habe, ja. Boah. Ich hätte noch nie mal mit so einen zarten Lachsen und gar keine Lüge genommen. Ich bin einfach mal im Mund der Gang schon und ich habe das schon gegessen. Ich muss ja null grauen, sonst muss ich mein Lachsen mal so ein bisschen... Junge, ich habe das ein Pudding, aber ja. Ist das ein Pudding oder was? Das würde sich echt 1 zu 1 an einem Pudding. Schmeckt das stört gut. Schmeckt wirklich gestört lecker. Das ist mir so ein bisschen nervt, nur wenn es in Ordnung wie ein Belag und so, ne? Und auch den Käse. Irgendwie hätten sie gar noch mal so eine Schippe draufgelegt, wisst ihr? Sie haben sich, glaube ich, nur oben konzentriert auf die ganzen Zutaten, die drauf sind. Das ist ja auch so schön und gut, ne? Hier noch mal ein bisschen beim Käse nachballern oder den Boden nachballern und das Ende. Mach das doch mal auf eine napolitanische Pizza drauf, dann ist das bestimmt noch nicer. Das war ein Traum gewesen, Digga. Aber trotzdem, ne? Die Zutat, verrückt, wirklich verrückt. Der Lachs geht im Mund, der zergeht im Mund, verdammte Scheiße. Weil, wenn es auf den Mund zergeht, dann stimmt doch was mal nicht mehr damit. Das zergeht doch wirklich im Mund, so irgendwie, es rutscht aber rein. Okay, Leute, das Restaurant wird voller und voller. Aber der Hummer erwartet auf uns Schweine. Leute, das ist bis jetzt ein absolutes Erlebnis, ne? Also ich kann niemals euch sagen, ey, ich empfehle euch jetzt eine tausend Euro Pizza. Aber es ist eigentlich, ey, jetzt wirklich, was hier gerade passiert, ist verrückt. Ich hatte Angst, dass alles Fische ist. Ich habe mich versalzt, aber 0% zergeht alles auf den Mund. Und das Geile ist, ich fühle mich auch richtig gut, so ist das, was ich meine. Sonst, wenn ich was esse, habe ich im Bauch so ein schlechtes Gefühl, so, oh nein, du musst nicht auf Klo oder irgend sowas. Gerade, mein Bauch fühlt sich hier rein an, also wirklich, es fühlt sich hier einfach gut an. Das ist ein Hummer, Leute. Es kommt einfach ein Hummer jetzt. Hier unten drunter ist noch irgendwas. Hier, Leute, Hummerfleisch auf Pizza. Boah. Ich weiß nicht, ob das Post überlegativ war, sage ich. Ich meine, es hat gerade so reingehaut. Alter, Spinn. Hat er schon mal Hummer gegessen? Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, noch nie so echt ein Hummer. Ich bin so ein Fake, das ist aber supermarkt. Noch nie so echt, nur Fake-Hummer? Ich habe es doch noch nie mal dem gegessen. Hat schon wirklich einen brutal eigenen Geschmack. Ich habe jetzt keinen Vergleich, ich bin einfach wie ein Fisch, so, mit Kruste. Ich muss eigentlich nicht sagen, Hummer schmeckt mir gerade nicht so gut. Also, ich will lügen, Leute, schmeckt mir nichts. Also, Hummer ist irgendwie ein bisschen, ist irgendwie weird, sei ich ehrlich. Ich finde es irgendwie nicht so geil gerade. Irgendwie der Pizzateig passt auch leider überhaupt nicht zum Hummer. Ich bin mal gespannt aus Husa, als edler Polo-Hemd-Träger. Ich habe auch noch nie Hummer gegessen. Boah, ist die Kruste mitgegessen. Ah, ist schon lecker. Ist ein bisschen komischer nachgesprochen. Hummer ist sehr ähnlich wie Scampi, ein bisschen fleischiger, also ein bisschen von der Konsistenz her fleischiger und ein bisschen süßer als ein Scampi, würde ich sagen. Und Scampi sind halt mehr knackiger. Ja, definitiv knackiger, so. Fühlt sich an wie so eine Garneele, aber mit einem komischen Nachgeschmack. Es ist fester, es ist nicht so weich. Also, ohne Böses zu meinen, da finde ich eine Garneele irgendwie geiler, Digga. Irgendwie der Hummer hat jetzt mich wirklich ein bisschen enttäuscht. Den fand ich jetzt nicht so geil. Ich hoffe, die Fischwelt würde mich nicht hassen, dass ich jetzt einfach Hummer esse. Jetzt, ihr Töntchen! Oh, nee, jetzt kommt die Rechnung, Leute. Die Rechnung ist noch nicht da. Ich könnte jetzt noch weglaufen. Er kriegt es halt auch nicht umsonst, ne? Er muss halt, also, for real, 1.032 Euro blättert er da jetzt hin für dieses kulinarische Erlebnis. Ah, mein Portemonnaie blutet, mein Portemonnaie weint. Unbeschreibliche Schweine. Ich kann es schwer in Wort fassen. Ich hoffe, der Wind kriegt mich jetzt nicht von der ganzen Seite, weil Sylt ist so windig, Mann. Wie soll man es sagen am besten? Jetzt, ohne es auch schlecht oder sonst was zu reden. Also, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, ist, es hat sich so angefühlt, wie so ein Belag gefühlt, der 10 Euro kostet hat. Ohne das Böse zu machen. Aber Zutaten, die 800 Euro kostet haben. Wisst ihr, was ich meine? Als ob die Zutaten zu gut, die waren einfach zu gut für diese Pizza. Ich weiß nicht, was man anders hätte machen können. Als ob da noch so dieser letzte Knaller gefehlt hätte am Boden. Vielleicht irgendwie fett nach den Rand oder sonst was. Erstmal der Typ, der Besitzer, unfassbar korrekt, der Henry. Allgemein, die Pizza war unbeschreiblich. Ihr habt sogar, glaube ich, auch gemerkt im Video, ich konnte es irgendwie euch nicht so richtig erklären. Ich konnte einfach nicht in Worte fassen, was ich gefühlt habe teilweise, weil ich die Geschmäcker nicht mal richtig kannte. Und weil es so eine komplett neue Welt war, weil ich bin dann so eine edle Scheiße mit Null gewöhnt. Aber es war einfach der absolute Hammer. Ich werde euch da natürlich jetzt nicht sagen, ey Leute, für 1000 Euro hin da. Aber falls ihr 1000 Euro auf dem Boden findet und eine Pizza investieren wollt, dann geht zu Henry's. Also, für das Video gebe ich Geld, das Geld aus. Ich bin perplex, weil ich kann nicht richtig in Worte fassen, was ich da gerade getan habe. Hört sich an wie so ein Fiebertraum. Ich glaube, dass hier alles auf Video. Und genauso welche Videos sind so magisch, und dafür danke ich euch, dass wir sowas machen können. Das heißt, jeder Klick von euch wird gut investieren. Und ihr Schweine, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es war einfach ein absolut wahnsinniges Erlebnis. Das war die teuerste Pizza in Deutschland. Und es war unbeschreiblich lecker. Doch, es war wirklich lecker, kann ich sagen. Leute, lasst super gerne einen Like da. Aber auf keinen Fall hat es mich da gelassen. Bis jetzt beim nächsten Mal wieder. Geil, Mann. Geil. Der hat saustabil durchgezogen in dem Video. Sau stabil. Genauso, wie ich es mir erwartet habe eigentlich. Und Pizza? Ich glaube, wenn du dir wirklich irgendwo in Rom oder Neapel wirklich so eine richtige Premium-Pizza bestellst in irgendeinem richtig geilen Restaurant, dann kriegst du die nochmal besser. Und es schmeckt insgesamt vom Gesamtverhältnis her tausendmal geiler als sowas. Dass das am Ende rausgeschmissenes Geld ist und man sich sowas nur leistet, wenn man wirklich, keine Ahnung, Multimillionär oder Milliardär ist und man komplett auf Geld scheißen kann, ist wahrscheinlich klar. Weil irgendwann kommt, finde ich, bei Geld und Geld zum Verhältnis zu Essen so ein Punkt, da wird es nicht mehr besser. Weißt du? Da eine Pizza für 30 Euro oder für 40 Euro oder lass es 50 Euro sein, hat schon die Premium-Premium-Premium-Premium-Zutaten drauf und alles drüber steht einfach nicht mehr im Verhältnis. Also schaut gerne bei Evanium vorbei über den Link in der Videobeschreibung. Kuss geht raus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Overnaut. Ciao. Ciao. Ciao.